Das ist der mit dem Gitter am Boden. Oh Scheiße... Ich will nicht raus... Ich helfe dir von hier Nein... Ich habe auch so leichten Bedenken. Ja das sieht nach Gitter... Siehst Du die Löcher im Boden vor mir? Die leuchten schon... Es sind die Gitter. Ah nöööö... Ja, und ich weiß. Vielleicht schon alles eingesammelt hier in das Gegenkanal. Ähm, ja? Ich verschwinde hier mal. Dass Rose nicht einsammeln, sagst du? Alter! Ja... Das war meine Wiederbelebungsfähigkeit, sehr gut. Äh, wir haben überlebt, ne? Jo, ich hab zwei Heiltränke verbraten. Ich hab meine Wiederbelebungsaktivierung aktivieren müssen. Also du bist gestorben und bist dann wiederbelebt worden. Cool, ich hab zwei Heiltränke gebraucht und meine Wiederbelebung. Wir haben's geschafft! Juhu! Tägliche Quest geschafft! Alter! Yeah! Wir sind die Heroes! Nein! Alter! Ah, du hast die tägliche Quest geschafft! Continue! Wir sind wieder draußen! Ich bin level... aufgelevelt bin ich, genau! So, ähm... Wie machen wir das hier? Äh, ich müsste noch mal gucken, was ich da für, äh... extra Bewegungsgeschwindigkeit stehe behalten. Länger, das ist auch Quatsch. Extra Reliktplatz habe ich schon... halbe Wirksamkeit ist auch Quatsch. Scheidung... Äh, Scheidung... Ich müsste... diesen Q-Dawn möchte ich gerne haben! Die Abklingzeit reduziert sich! Jawoll! Und auf Maximum ausgebaut! Und auf Maximum ausgebaut! Was ist dafür, wer jetzt flütteln gegangen? Das Erste! Das ist ja auch Kacke, ey! Tja! Äh... Den will ich ja... Okay, mein Reliktplatz ist jetzt abgegeben, aber dafür habe ich das... Das sieht man nicht nur... Das ist voll kack... Das ist wirklich ein ganz schlechtes Inventar! So, ja, das war... Full Mojo Rampage! Danke fürs Zuschauen! Bis zum nächsten Mal! Tschüss, tschüss!